ja hallo leute herzlich willkommen zurück zu let's play fahrenheit ja wir können mit allen drei charakteren weitermachen und ich würde sagen wir machen mal mit dem meyerz in der polizeiwache weiter well our job is done now it's up the army to do what they can to help the population Carla you should get some sleep you haven't closed your eyes in two days I have to get warm to do that solid ice from head to toe yeah hey look can I get real with you here for a sec Carla I think it's probably now or never I get the feeling you're hiding something from me on this cane thing am I right yeah you're right I found him but I think he's innocent I didn't say anything because I didn't want to get you involved Tyler you mad at me no of course not plus with everything that's going on now I guess it doesn't really matter anyway as long as as you do what you think is right you can't go too wrong sam what are you doing here babe there's a train leaving in one hour for Florida it'll probably be the last one for a long time Ich werde es weitergehen, Tyler. Mit oder ohne dich. Wenn du mich wirklich liebst, verhörst du die Polizei und komm mit mir. Wenn das Kühl stoppt, werden wir mit unseren Leben weitergehen. Unsere neuen, normalen Leben. Es ist Zeit, eine Wahl zu machen, Tyler. Ich will gehen mit. Oh, ich liebe dich zu verdammt, Sam. Ich würde dich nicht für alles in der Welt gehen. Oh, Tyler. Ich war so Angst, dich zu verlieren. Ich bin mit dir in einem Moment. Okay. Noch im Triss sagen. Carla, ich... Als lange du, was du denkst, ist richtig, kannst du nicht zu falsch gehen. Gut, Glückwunsch in Florida, Tyler. Okay. Oh. Es passiert schon fort was. Oh Gott. Was ist denn jetzt los? Ach so, wir haben nur bei ihr auf der Couch geschlafen. Minus 55 Grad. Kalt ist ihm ja nicht, er ist ja die Kälte in Person. Was heißt er? Kann ich doch. Okay, ein bisschen Zeit haben wir ja schon. Ähm, da ist das Bild. Ist er das? Ist hier noch eine? Die ist es auch nicht. Guck nochmal nach. Nein, das ist nicht die Kälte in meinen Visions. Nein, das ist nicht die Kälte in meinen Visions. Ja, ich brauch doch... Oh, Leben plus eins. Wo hab ich das denn eingesammelt? Ah ja, das kann ja auch nicht schaden. Aber das Bild war doch schon mal gut. Ah, das Bild war genau auf der gegenüberliegenden Seite. Ah, das ist ja auch nicht. Ah, das ist ja. Ich habe dich in meinen Geheimen gesehen. Du musst mit mir kommen. Wir müssen hier jetzt gehen. Sie sieht aus, wie sie überhaupt nicht hier ist. Also, ich sehe, dass du noch nicht жив bist. Ich weiß nicht, wie du es gestorben hast, aber das ist jetzt nicht wichtig. Okay, weg mit dir. Ach, da ist er schon. Jetzt kommt der finale Kampf. Vielleicht. Oh, gescheitert. Super. Super. Ohohohoho. Ohohoho. Gescheitert bin ich bis jetzt noch nicht. Also... Ohohoho, meine Frisse ist halt schnell. Ich bin Neo, der auserwählte. Was er wählte. Ich steuere mir jetzt gerade den anderen. Nee, wir müssen das schaffen. Oh, super. Oh nein, von wo müssen wir da an? Oh nein. Komplett nochmal, geil. Okay. Ach, das war schon dumm. Okay, Konzentration. Komm, hau mich kaputt. Mach's nochmal ganz neu. That's how my story ends. Okay, und jetzt geht's los. Okay. 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 Puh, ne Schaft! 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 Missed! Puh, ne Schaft! Puh, ne Schaft! Untertitelung des ZDF, 2020 Ein Wall Run! Auf die Plätze! Oh, wir sind verschwunden. Warte mal, irgendwie glaube ich, dass die die Böse ist. Du? Du hast mich benutzt, nicht wahr? Du hast mich manipuliert, damit ich die Frau für dich finden würde. Manipuliert ist wirklich das Wort. Wir sagen, guise. Wir intervenieren, um dich zu beschützen, weil wir wussten, dass du uns ledigst. Das Kind, warum ist sie so wichtig? Ja. 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 Ja.